Die Hochfrequenztechnik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik und damit der Ingenieurwissenschaften. Sie befasst sich mit elektromagnetischen Wellen, insbesondere mit Methoden, Geräten und Anlagen zu ihrer Erzeugung, der Theorie und Praxis der Wellenausbreitung sowie dem Empfang der Wellen. Wichtige Teilgebiete sind die Antennentechnik und die Hochfrequenzmesstechnik. Anwendungen Praktische Anwendung findet die HF-Technik auf vielen Gebieten des täglichen Lebens, wie beispielsweise bei Handys oder Smartphones, bei Rundfunk und Fernsehen, in verkehrs- und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie im Flugfunk, Seefunk und Polizeifunk, der Luftraumüberwachung mithilfe von Radargeräten und sogar der Sicherheitsüberprüfung an Flughäfen durch Körperscanner, außerdem bei Funkfernbedienungen und Funkfernsteuerungen sowie auf vielen weiteren Gebieten von Wissenschaft und Technik, zum Beispiel in der Medizin für Diagnose und Therapie, bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, oder als Bodenradar in der Archäologie- und Geophysikfrequenzbereich. Der Frequenzbereich der Hochfrequenztechnik ist nicht einheitlich definiert. Eine enge Definition der Internationalen Fernmeldeunion beschränkt ihn auf 3 MHz bis 30 MHz, also dem traditionell als Kurzwelle bezeichneten Frequenzband und bezeichnet die darüber liegenden Frequenzbänder für 30 MHz bis 300 MHz als VHF. Im Deutschen früher oft als UKW bezeichnet, für 300 MHz bis 3 GHz als UHF, für 3 GHz bis 30 GHz als SHF und für 300 GHz bis 3 THz als CHF. Neuerdings ist noch ein weiteres Bänd dazu gekommen, nämlich für 3 THz bis 30 THz als THF. Eine weite Auslegung des Begriffs Hochfrequenz erlaubt die Verwendung für alle genannten Frequenzbänder. Demnach ab etwa 3 MHz bis etwa 30 THz oder noch darüber hinaus, somit für einen Großteil des elektromagnetischen Spektrums insgesamt. Im Gegensatz zur Gleichstromtechnik befasst sich die HF-Technik mit Wechselströmen. Wobei hier traditionell die unterschiedlichen Arbeitsgebiete entsprechen der charakteristischen Eigenschaft des Wechselstroms, nämlich seiner Frequenz unterteilt wurden in die Niederfrequenztechnik, zuweilen noch aber sehr selten die Mittelfrequenztechnik, dann die Hochfrequenztechnik und früher gelegentlich verwendet schließlich noch die Höchstfrequenztechnik. Praktisch übrig geblieben sind heute nur die Bezeichnungen NF-Technik und HF-Technik, wobei die Grenze etwa bei 3 MHz liegt, aber durchaus auch niedriger angenommen werden darf. Beispielsweise gelten die aus der HF-Technik bekannten Gesetzmäßigkeiten auch unterhalb von 3 MHz, also auch im Mittelwellen- und Langwellenbereich. Wie die untere ist auch die obere Frequenzgrenze der HF-Technik nicht scharf gezogen. Üblicherweise zählt man auch den Millimeterwellenbereich, also Frequenzen bis zu 300 GHz mit dazu. Häufig hört man auch den Begriff Mikrowellentechnik, beispielsweise in Zusammenhang mit dem beliebten Mikrowellenöfen. Dieser Trivialname stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Englisch und meint einen Teilbereich des Hochfrequenzbereichs. Etwa von 300 MHz bis 300 GHz die Mikrowellentechnik kann somit als Teilgebiet der Hochfrequenztechnik aufgefasst werden. Arbeitsgebiete Wichtige Teilgebiete der Hochfrequenztechnik sind Leitungstheorie, Komponenten wie Laufzeitröhren oder Richtkoppler, Antennen wie Parabolantennen und Yagi-Antennen, Sende- und Empfangstechnik, Modulationsverfahren, Hochfrequenzmesstechnik, berühmte HF-Techniker, Heinrich Herz gelang in den 1880er Jahren der erste experimentell Nachweis und die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger. Nikola Tesla experimentierte in den 1890er Jahren mit hochfrequenten Wechselströmen. Auch in Hinblick auf die Möglichkeit einer drahtlosen Energieübertragung, Kuglielmo Makoni gilt als der Pionier der drahtlosen Kommunikation. Ihm gelang 1903 die erste Transatlantik-Übertragung. Philip Smith entwickelte 1937 Dekasekunden nach ihm benannte Diagramm eines der wichtigsten zeichnerischen Hilfsmittel der HF-Technik.